Und willkommen zu meinem Projekt Ich hoffe ihr freut euch darauf auf ein neues, geiles, geniales Display, das kam am 27.07 heraus und ich habe dazu schon am 12. Mai eine Reaction gemacht oder ja, ich habe euch gezeigt was für ein neues Spiel rauskommt und das ist es hier, Go for Getschen, es ist kein neues Spiel, aber es ist ein Remake, aber ich habe das Spiel eigentlich ganz kurz nur angeschaut, gespielt auf der Wii, ich habe es ganz ganz kurz mal gespielt auf der Wii, das kenne ich es gar nicht, also es ist eigentlich zu 90% blind, die ersten 10% kenne ich schon vom Spiel, nicht wundern, ich hoffe ihr freut euch drauf und ja, so geil. Ja, mit diesem Projekt, Go for Getschen, damit fahren wir auch jetzt einmal hier in DA, ich habe schon hier eine eigene Datei, also ja, ich hoffe ihr freut euch drauf und ja, wir machen heute extra Leute, die extra Leute, das macht das hier aus, die extra Leute, das macht das hier aus, genau. Ja, wir machen mal weiter, jo, wir nehmen den hier, boah, kein Schein, ne, da ist das gut, das gefällt euch doch, jo, ein bisschen größer, vielleicht und ein bisschen, ja doch, dicker, ich bin dicker geworden, doch, ich bin vom Urlaub dicker geworden, aber so dicker, aber auch nicht so, ja, so ist das gut, ja, so gefällt euch echt sehr gut, bin ein bisschen dicker geworden, aber ich würde sagen, es passt perfekt, die Figur, so ist erstmal willkommen und ja, viel Spaß mit dem Trailer hier, von Go for Getschen, viel Spaß mit mir aufgeregt, aber was soll's, viel vergnügen damit. Ich freue mich sehr auf dein Projekt. Ich freue mich sehr auf dein Projekt. Ich freue mich sehr auf dein Projekt. Das ist das Spiel, Go for Getschen. es ist ein sportspiel sag ich mal so zu einer art mini spiele und sport in ein so eine art wie olympische spiele rio und mario party in einem es gibt nämlich auch ganz nachgemacht spiele ungefähr und wir sind hier ja in der kawaii marien resort sonnenschein strand super nice und dass die die frau die komisch ist was soll es ja es gibt wie gesagt ganz viele verschiedene resorts aber jetzt sind wir erstmal in den schönen strand resort ich bin gespannt willkommen auf die kawaii insel der heimat von vier umgewerfeten resorts seestadt schnee und berg resort allerlei sportige artikel warten schon auf dich sie einfach los und für sie selbst die vergnügen und da habe ich mir vorstelle ich bin lily eine der tourführer im resort freundlich kennenzulernen wenn du bereit bist als uns danach an nach artikeln suchen als hier hier das resort der seere sort gibt es hier bitte hier gibt es jetzt mit dem du auch wasser herumfahren kannst ich merke schon herr man kann damit umfahren auf dem wasser super nice oh mein die geistert sind halt gemacht hier juhu kasha ist das gemacht juhu bedenzen sie vergrüßt sie vergrüßt also ich will da die frisur stehe auch so eigentlich hallo hallo folge aber nur jeder springbrunnen superlater die grafik ist sogar so es kommt jetzt hier ist wohl nicht mehr so was von guten sachen was als müssen also so hier weitermachen die ist nicht mehr okay gut ja hier ist dieser umsehen ok was soll's und hier springen wir auf x die auf auf x ist im ab abspringen was auch immer aufs hat lc nette er vorweg auch erst springen gut und hier war genau richtig gute verrichtigst du mal heiß schön tja und damit ist zeit eine schöne aktivität zu suchen aktivität hätte ich das schade drin die aktivität am ewigen strand hinter dem froh bucht hat ich magiere das auf der karte damit du findest wenn du dort bist mit jemandem mit einem gelben symbol viel spaß vielen dank mache ich ich mache natürlich auch genau okay wir müssen jetzt da okay dahin müssen wir auch machen wir auch wir dance denn hier oh mein gott was so glitsch soll's okay sehr gute abrüstung gefunden juhu wir werden sie hier und wir haben ja auch super nahe ich freue mich darauf dass du so ein geist projekt sollte ich hoffe ich habe auch spaß dabei so geil dieses projekt spielen ja nicht so viele aber ich glaube die großen das spiel ist domtendo und hügel und ego it und rüppel ist domtendo hügel und ego it das spielte alle was habe ich jetzt keine kundige spiel ich bin die fürs kapseln okay ich mache so ich bin dies gab es meines vaters gezählt und jetzt wird fahrrad geworden ich bin heute umgeschlagen man nämlich und kündigen du wirst gar nicht und dann ja da hast du auch was gut am kasten ich bin gespannt was du kannst also gut möge das rennen beginnen du denkst du kannst mich mit deinen finger käseln da andere will und besiegen wir schauen genau ich konnte es mal wir schauen ob wir schaffen extra leute dass er extra leute genau bei video sein heißt wir wir dänzen rum ich weiß bescheid wir sind schneller als wir aber was solls wir sind super super nahe ich weiß wer ich weiß es doch dass wir so gut und super nahe sind die hohe sind gut da papadam so eine geile mucke am start super nahe ich weiß er wieder genau oh mein gott ok was solls die schnellste und wir haben gewonnen und wir machen ja neben enden machen wir genau wir machen beenden super nice aber ich bin gespannt was noch für sachen gibt juhu danke tja es liegt noch ein weiter weg von dir aber übung macht ja bekannt den meister wenn du dich verbessern willst dann kommen wir wieder extra leute ich bin schon auf die nächste weiterleute das freut mich sehr ok das gibt es das gibt es hier ok das ist dicker und den müssen wir sammeln ok weil ich bescheid thank you klöpfung ist aus einem stempel erhalten du hast du hast du schon nicht erwartet hier aus der kavavi isel haben wir etwas besonderes organisiert damit die gäste an den besten aktivitäten teilnehmen wir nennen es den kavavi stempel spüren der stempel den du bekommen hast ist ein teil davon die regeln sind ganz einfach ich schlage dir nach und nach aktivitäten vor und du musst dir einfach nur ausprobieren ich mag jede aktivität die ich vorschlag auf deiner karte so hast du immer den blick in jedem resort ist bisher ausrüstung erhältlich mit der du die passende aktivität findest im resort haben wir jedes mal wenn du an einer aktivität teilnimmst hältst du einen stempel dafür enthältst du solle preise viel glück verstehst du jetzt was ich meine natürlich perfekt sooo dank weiß ok vielen dank ich war bescheid oh mein gott muss ich muss mir nicht so viel erklären du lady dahinten du lilly du lady du lilly aber was soll's diese noten ok doch nicht sorry das ist ja menschen was soll's oh wir sind jetzt noch am strand ja gott sorry na gut ok ist nicht so schlimm das ist noch nicht hier ok ist nichts wichtig was soll's die sind wohl verliebt hier die zwei doch diese verliebt hier hallo du lady oh mein gott mach gleich ein foto von dir komm ja ja so ist gut ja so ok bis wobei jetzt dieses wohl nichts mehr so was von los aber hier ist sowas von geiler strand spaß auf jeden fall also banal 2 hm super super geil das gucke ganz schön spiel macht aber viel spaß bis jetzt es wird bestimmt ein der besten zwitspiele wenn ich ihre doch bestimmt so könnte schon mal könnte schon mal falsche spiel machen kommen machen wir das hier so machen wir das mal hier genau ich weiß nur spiel ich weiß schon das mir gemerkt das mir gemerkt fahrrad felsen ok machen wir das mal herbst nicht mal mehr wie was machbar solls wir müssen springen dann aufhören das das fahrrad felsen ok was solls das müssen wir nochmal machen genau nochmal let's go hoffentlich schaffen wir es diesmal weil das ist eigentlich gar nicht so schwierig was solls das go 2 2 1 los geht's und jetzt doch ich habe nichts gemacht ich muss eben nochmal steuerung vorlesen naja gut habe ich aber eigentlich gemerkt ok gut bremsen ich hab halt auch gebrannt aber jetzt nicht genau ich glaube ich habe es nicht genug gebürzt was solls so was go schaffen wir jetzt komm 2 2 1 let's go ich hab doch gemacht man hier ich hab's gemacht was solls ist mir egal ist mir scheidegal ich hab's gemacht aber ich versteht nicht warum es geht komm noch mal schauen wir jetzt kommen keine loser kommen ok ja es ist in ordnung so in ordnung 40,47 jaja ok ich muss die wurde ganz schnell hochreißen aber das habe ich halt gemacht ist okay ich hab's in ordnung gemacht was solls machen wir jetzt jetzt machen wir weiter mit unseren sachen so let's go gut gemacht gut gemacht gut genug der kiste ja ich weiß danke ich hab immer so ein pack störungen was solls ich habe auch kaputt was solls na gut ok wir müssen uns erstmal hier zum strand der ist irgendwo hier oder der treffpunkt der treffpunkt irgendwo hier dahin müssen wir bestimmt doch dort ist genau da ja das ist versteckt aber was solls stopp hey du da pflegst du keine obst entschuldige weißt du ich bin belohung falsche springen ist mein fachgebiet falschen springen fühlen wäre das falschen formation aus es gibt nichts aufregendes hey ich bin der pilot deshalb werde ich nicht springen hey schau nicht mir an ich hab keine angst oder sowas ja mach mal komischer bescheid ist zwar schwierig aber machen wir trotzdem let's go go now das spiel so gut einfach nur ich liebe das spiel ist so gut und jetzt schaffen wir es auch hoffentlich hier mal so gewinnen beim ersten mal sehr sehr nett extra leute ich hoffe dass es schafft danke dankeschön oh mein gott die steuerung zu kacke ne komm mach jetzt ok ich hab's doch scharf irgendwie aber gut ok sag ruhig ok na man bleib stehen ach die ekelsteuerung ey die eklisch die steuerung die eklisch sag ruhig ok schlaft noch super nice ich weiß ich hab gewißt um mach jetzt wer noch ok ok hab's geschafft Alter ich mach gut ich weiß es genau bei هذا Video genau Wird geil und ganz geil heute auch schon. Oh mein Gott. Ach Gott. Okay, hab noch Schaft, super nice, ich weiß. Okay, okay, super nice. Woher geht es ihr? Anhänger dahinten, okay und let's go. Oh mein Gott, die Steuerung ist so kacke ey, die ist so schlimm, die Steuerung ey. Ach du Scheiße ey. Okay, jetzt reiß. Mach doch. Okay, halt nicht, was soll's. Ist okay. Ist in Ordnung bei Video. Ich bin die Beste der Welt. Ich bin die Beste der Welt. Ich bin so gut und so dumm. Wie meine Schmaier was soll's. Ja. Das war auch okay, Leute. Und jetzt hier nochmal umdrehen, komm. Ah mein Gott. Okay, auch geschafft. Das war auch super nice. Oh mein Gott. Das war auch Spaß. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Komm noch jetzt. Nein. Oh, da halten die Eltern, da halten die Eltern. Komm ohne ey. Okay, ich schaff das. Oh mein Gott. Boah. Oh Gott. Das war's. Das war's. Das war's. Schade, was soll's. Na gut, das war nicht das Scheiße, aber was soll's. Ich hab halt ein paar Fehler gemacht. Juhu. Wir haben's geschafft. Juhu. Überspringen. Äh ja, Überspringen machen wir. Und beenden. Das war auch geil. Das hat mir gut gefallen. Hier gibt's auch Tiere, wie gesagt. Es gibt auch Tiere hier und es wird noch geilere Leute hier in diesem Spiel. Wird noch super super nice. Jetzt. Danke. Jetzt hast du auch das falsche Fieber hier im Resort gefunden. Extra Leute. Das ist ein 80er Rekord. War so. Das ist super nett von dir. Danke. Das ist super nett von dir. Und jetzt schon Kawaii Haar Strand Sample spielen. Als nächstes Aktivität schlage ich vor. Air Beach Volleyball. Das Spiel findest du unten da, wo es auch immer da ist. Die machen wir auch heute noch. Und dann ist heute auch der Part perfekt. An den. An den. Anschlossen. Das passt noch perfekt rein in diesen Part noch eben hier. Das Beach Volleyball. Was soll's. Jetzt fahren wir noch nice hier herum. Und dann ist gut. Genau bei Video. Wir fahren noch schön herum hier. Doom. 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 Und springen. Und wir danceen. Und wir springen. Wir danceen und wir springen. Wir danceen und wir springen. Juhu. Hier ist der Sonnenschein stürrend. Super nah, ich weiß. So. Einmal hier. Und einmal springen. Okay. Es eben aufhören. Hier ist so. Fahrrad dahin. Müssen ja genau. Die Musik ist toll, ne? Oh mein Gott, diese gute Musik. Oh mein Gott. Tolle Musik. Tolle Musik. Was was wir machen? Nein. Ich war die Ball. Wir machen auch das hier. Okay. Weil das dauert mir zu lang. Ich glaube es dauert 5 Minuten oder so. Da habe ich jetzt auch so. So keine Lust drauf. Deswegen machen wir heute doch noch. Was andere. Das was ich will. Was anderes was ich will. Nämlich das hier. Das quad zu rennen. Da habe ich jetzt Bock drauf auch einig. Dann machen wir das besser hier als das andere. Das letzte rennen. Das war fantastisch. Quatsch sind kompensierte Menschen. So viel sicher. Das. Das würdest du ein quad fahren. Machen. Was sagst du willst du ein bisschen fahren? Das macht bestimmt Spaß. Gut abgemacht. Mach dir bald. Und dir auf dein quad. David. Um die Nase wehen zu lassen. Okay. Das tut geil. Das tut nice. Oh mein god. Das passt auch noch. Ein bisschen besser rein. Im part. Hier. Im ersten part. Und der part ist so. Das ist jetzt. Die perfekte Länge. Auf jeden Fall. Super nice. So super. Nice. Weiter gehts. Verkranken. Ich hab' verkrackt. Was solls. Jetzt hab' ja keiner verkranken. Danke. Ich hab' vergessen die Summa ist. Auf Y muss man nämlich gedrückt halten. Das hab' ich ganz vergessen. Y gedrückt halten. Das ist wichtig Leute. Das ist genau bei B. Jo. Das ist so richtig geil bei B. Jo. Ach du Scheiß. Was solls. Was macht der für ein Scheiß da hinten ey. Aber gut. Was solls. Oh mein Gott. Der war schlecht. Der Wurf. Scheiße. Komm. Mach' jetzt. Kein Scheiß. Ich muss gewinnen. Baby. Oh mein Gott. Ich bin schlecht. Oder. Ich glaube es geht. Es geht schon. Ich hole noch glaube ich. Oder doch. Schaffen wir. Ja ich wohne nicht so. Ich weiß nicht. Ich wohne auch. Das war eng hier. Oh mein Gott. Scheiße. Ich will gewinnen. Ich will gewinnen. Ich will gewinnen. Ich will gewinnen. Und hab' gewonnen. Oh ja auch noch nicht. Ah ok. Ich hab' noch mehr rum. Ah ok. Noch mehr rund werde ich sonst. Baby ohne. Let's go. ok vielen dank das ist voll eng grob einfach nur hier na finde ich aber was soll es schneller das ist doch richtig das bewegung doch richtig richtig nice okay kommen schaffen wir jetzt und hoch mit ihr baby johannes schießt kreis ok letzte ruhig war es bei johannes ok ich will schon mal sagen zum nächsten mal die ist und ja spaß gemacht ich sag jetzt schon mal die zunächst mal einen schönen tag noch und ich hoffe ihr habt auch beim nächsten part wieder spaß hierbei bei grobelgatschen das macht mir ultra viel spaß und jetzt einfach erst mal bis zum nächsten mal und ja jetzt sage ich gleich schützt und